Wir werden unsere Toranlage, die mit einer 560er Steuerung ausgestattet ist, jetzt auch noch in Betrieb nehmen mit einer Zeitschaltuhr. Was haben wir bisher gemacht? Unsere Anlage ist ausgestattet mit einem automatischen Zulauf und dieser automatische Zulauf soll jetzt über die Zeitschaltuhr gesteuert werden. Nach Kundenwunsch ist es so, dass von montags bis samstags von 22 Uhr bis 8 Uhr morgens die Anlage ausgeschaltet werden soll. Das bedeutet, der automatische Zulauf wird abgeschaltet. So und das machen wir dann über unsere Blue Control App und dafür müssen wir natürlich unsere Blue Control App aktivieren, sowie wir natürlich auch den Bluetooth-Empfänger an unserer Steuerung aktivieren müssen. Wir betätigen dazu ca. 5 Sekunden die Stopp-Taste und der Bluetooth-Empfänger wird aktiviert. Wir betätigen danach noch einmal kurz die Stopp-Taste und BT für Bluetooth fängt an zu blinken und ich gehe bei meiner Steuerung auf die Schaltfläche Steuerung in Reichweite. Dann wird mir auf meinem Telefon die passende Steuerung angezeigt. Ich könnte natürlich auch alternativ über den QR-Code an Typenschild auf die Steuerung zugreifen, aber ich mache das jetzt hier einmal mit Steuerung in Reichweite. Dann gucke ich mir die Einstellungen an, das bedeutet die Menü-Einstellungen, die mir von der Steuerung übermittelt werden. Und hierzu kontrolliere ich jetzt noch einmal gewisse Parameter, damit ich sicher bin, dass auch die Zeitschaltuhrfunktion funktioniert. Dazu gehört zum Beispiel einmal das Menü 31, jawohl, da steht eine Zeit eingestellt. Das ist richtig, das Menü 33, auch hier ist eine Zeit eingestellt. Und ich gucke mir noch einmal an, ob eines der Menüs 45, 46 oder 47 eingestellt ist. 45 ist eingestellt. Dann habe ich jetzt auch die Möglichkeit, meine Zeitschaltuhr in Betrieb zu nehmen. Und das mache ich hier zum Beispiel dann ab Nummer 61. Dort tippe ich einmal drauf und ich habe die Auswahlmöglichkeit deaktiviert. Automatischer Zulauf aus und Verriegelung Tor zu. Wir wählen automatischer Zulauf aus. Das ist schon aktiviert. Dann gehen wir in den nächsten Teil, das wäre 62 und dort kann ich mir den Kalendertag aussuchen. Hier wollte der Kunde von Montag bis Samstag, dass der automatische Zulauf ausgeschaltet wird. Da gehe ich auf den Parameter 01 und wähle Montag bis Samstag an. Dann möchte der Kunde noch, dass ab 22 Uhr ausgeschaltet wird. Dafür gehe ich in das Menü 63 und gebe dort die Zeit ein. Hier öffnet sich bei mir jetzt eine Zeitfunktion in der App über einen Pop-up. Und da gehe ich dann auf 22 Uhr. Und da wir die Minuten nicht brauchen, bestätigt das über OK. Und 22 Uhr ist eingestellt. Ich gehe dann auf die Schaltfläche Speichern und Fortfahren. Und stelle dann natürlich den Ausschaltzeitpunkt auch ein. Das waren ja die gewünschten 8 Uhr unseres Kunden. Und hier habe ich jetzt die Ausschaltzeit. Auch hier bekomme ich eine Uhrenfunktion. Da gehe ich dann auf 8 Uhr. Die Minuten brauchen wir nicht. Ich bestätige das einmal über OK. Dann habe ich noch die Schaltfläche wieder Speichern und Fortfahren. und habe im Grunde die vier Menüs 61, 62, 63, 64 auf meiner Blue Control App entsprechend programmiert. Jetzt gehe ich auf die Schaltfläche Übertragen und übertrage die Daten im Grunde auf meine Steuerung. Die Änderungen sind übernommen worden. Und ich kann jetzt zum Beispiel zurückgehen und mich von der Steuerung trennen. Und die Parameter wurden entsprechend übernommen.